Schöne, knallige. Motorräder da. Hier war die rechte drin. Schlagwirkung eindeutig. Wieder die rechte, die durchgekommen ist. Alles richtig gemacht vom Ringrichter. Damit ist die zweite Runde weg. Die erste, ob wir gewonnen haben, und die dritte würde es entscheiden. Naja, giftiger Kerl, der Mentor. NKO, wird auch genannt, Muric.